Gutes im Ganztag. Gemeinsam Schule machen. Die Voraussetzungen für eine funktionale Schulküche, du hast eben schon davon berichtet, dass die unterschiedlich sind, die Flughöhen. Wie geht man da an die Planung heran? Was ist da so der normale Prozess für eine Schule im Bestand oder auch im Neubau? Im Neubau ist es so, dass wir aufsatteln auf einer Bestellung der Schulbehörde, die sagt, ob sie eine Vitalküche oder eine Ganztagsküche haben will. Wobei Vitalküche ist der Regelfall. Fast alle neuen Schulen werden mit einer Vitalküche ausgestattet. Und wenn dann eine Vitalküche im Neubau geplant werden soll, dann kommen die Planer in einer ganz frühen Leistungsphase. Und Leistungsphase, das ist vielleicht auch erklärungsbedürftig. Eine Neubauplanung richtet sich nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. Da gibt es neun Leistungsphasen von der Vorplanung bis zur Mängelbeseitigung. Und schon in der Vorplanung muss dann die Küche durchdacht werden. Wo liegt die Küche? Wie groß soll die Küche sein? Welche Räume gehören dazu? Welche Brandschutzanforderungen? Welche Lüftungsanforderungen gibt es? Und die Planer beschäftigen dann in der Regel einen Fachmann. Das ist der Küchenplaner. So eine Küche ist so kompliziert, dass die Architekten sich da auch nicht in allen Details auskennen können. Das heißt, sie brauchen einen zusätzlichen Fachmann oder eine Fachingenieurin, die sich dann mit der Küchenplanung auskennt. Die erstellen ein Konzept für diese Küche. Und dieses Konzept wird dann mit uns abgesprochen und überarbeitet oder im Verlauf der Planung auch verfeinert, sodass wir dann sicher sein können, dass eine Küche entsteht, die auch tatsächlich zu den Schulen in Hamburg passt. Und das abdeckt, was benötigt wird. Das zum Neubau. Du hattest auch gefragt, wie es dann im Bestandsbau aussieht. Da ist es meistens komplizierter. Bestandsküchen bedeutet, dass diese Küchen meist im Zusammenhang mit einer Erweiterung der Schule geplant werden. Das heißt, wir brauchen nicht nur eine größere Küche, mehr Lagermöglichkeiten, mehr Personalräume, sondern auch einen erheblich größeren Speiseraum. Diese Flächen im Nachhinein zu generieren, also Flächen zu finden in Nachbarschaft der vorhandenen Küche und diese Flächen dann durch Umbau auch nutzbar zu machen, ist immer eine Herausforderung für die Planer. Und auch den Speiseraum entsprechend zu vergrößern, ist eine Herausforderung für die Schule, die aufgefordert ist, andere Räume auf einmal abzugeben zugunsten der Küche oder des Speiseraums. Das greift in die Schulorganisation ja auch ein, sodass das in einigen Fällen gut gelingt. In anderen Fällen muss die Schule große Zugeständnisse machen oder Kompromisse eingehen, auch was die Ausstattung betrifft, um nachträglich eine vorhandene Küche zu einer Vitalküche umzubauen und den Speiseraum zu vergrößern. Was ja, wie du eingangs sagtest, auch immer mit sehr vielen Kosten verbunden ist, einfach dieses Aufrüsten auch von Strom und Lüftungsleistungen, das sind ja sehr kostenintensive Maßnahmen, die man dann häufig auch erstmal hinten anstellt. Und auf andere Weise versucht, die Optimierung herbeizuführen. Also diese grundsätzliche Unterscheidung zwischen Neubau und Bestand ist total wichtig, dass man weiß, welchen Prozess man vor sich hat. Aber was sind die beliebtesten Fehler? Du hast eben gesagt Kompromissfähigkeit, darum wird es gehen. Die Küchenplaner sind in Phase 0 dabei und ab und an geht ja wahrscheinlich trotzdem mal was schief. Was sollte man auf jeden Fall vermeiden? Das ist richtig. Oft wird der Aufwand unterschätzt, der notwendig ist, um eine Ganztagsküche, die baurechtlich nicht als Produktionsküche gilt, umzubauen zu einer Vitalküche, die baurechtlich als Produktionsküche gilt. Da wird unterschätzt, dass es nicht ausreicht, einfach ein paar zusätzliche Geräte in die Küche zu stellen, sondern dass die Küche ganz andere Anforderungen an den Brandschutz erfüllen muss mit Berechtigung. Denn wenn gekocht, gebraten wird in der Küche, dann ist die Gefahr sehr viel größer, dass Brände entstehen und niemand möchte, dass wir die Sicherheit in den Küchen vernachlässigen. Das ist der eine Bereich. Zweiter Bereich, der immer unterschätzt wird, ist, dass die Lüftungsanlage andere Anforderungen erfüllen muss. Denn durch die zusätzlichen Geräte in einer Vitalküche steigt natürlich die Wärmebelastung, es steigen die elektrischen Leistungen, es steigt die Notwendigkeit, mehr Luft in die Küche hineinzubringen und mehr Luft abzuführen. Und die nachträgliche Installation der Lüftungsanlage ist ein Bereich, der sehr häufig unterschätzt wird. Zum Beispiel, wenn eine Küche im Erdgeschoss eines Gebäudes, eines, sagen wir mal, Dreigeschossers eingebaut ist, dann müssen die Lüftungsleitungen auf irgendeine Weise über Dach geführt werden. Das sind oftmals sehr viel größere Lüftungskanäle und die müssen dann durch andere Geschosse hindurchgeführt werden. Das bedeutet, jede Durchführung muss mit einem sogenannten Brandschott nachträglich ausgestattet werden. Und das sind Schwierigkeiten, die sich oftmals gar nicht lösen lassen. Spielt das Thema Nachhaltigkeit auch eine Rolle in der Planung von Küchen? Ja, natürlich. In den letzten Jahren sind alle, denke ich, sehr viel sensibler geworden, was den Energieverbrauch in Küchen betrifft. Die Hersteller der Küchengeräte versuchen da natürlich darauf zu reagieren und Geräte zu entwickeln, die im Energieverbrauch sehr viel sparsamer sind. Wir versuchen ebenfalls jetzt in letzter Zeit durch eigene Energieverbrauchsmessungen in den Küchen herauszufinden. Sind die Vorgaben aus der DIN, die wir erfüllen müssen im Bereich Elektroversorgung und Küchenlüftung, überhaupt noch aktuell und bilden die die Realität ab? Oder können wir nicht mit kleineren Anlagen weniger Aufwand dasselbe erreichen oder die notwendigen Installationen in etwas kleinerer Ausführung, angemessener Ausführung herstellen? Das sind Bereiche, die wir versuchen abzudecken. Einen großen Einfluss haben auch die Betreiber, die Caterer, die Köche vor Ort, die Anlagen erst dann anschalten sollten, wenn sie tatsächlich benötigt werden, zum Beispiel Lüftungsanlagen, nicht morgens in die Küche kommen und erstmal alles anmachen, sondern überlegen, wann brauche ich die Lüftung, die auch beim Kochvorgang die Möglichkeit haben, den Energiesparen oder weniger Energiesparen zu gestalten. Da versuchen wir auch in Gesprächen mit Caterern darauf hinzuwirken. Das können Schulen ja eigentlich auch dann sogar selbstständig machen. Also solche Themen könnte man ja auch als Schule mit seinem Caterer besprechen und darum bitten, dass da aufgeachtet wird, dass man da sozusagen selbstständig das Thema Nachhaltigkeit ohne veränderte Geräte oder so stärkt. Genau, da sehe ich auch eine große Möglichkeit noch für Schulung, für die Zusammenarbeit zwischen uns und den Caterern oder zwischen Schulbehörde und den Caterern. Und da ist sicher noch ein gewisses Potenzial zu heben. Ein anderer Bereich, wo Nachhaltigkeit umgesetzt wird, das ist auch der Bereich angemessene Nahrungsmittel oder Lebensmittelproduktion. Durch die Free-Flow-Buffets können wir ja auch erreichen, dass die Kinder nicht mehr eine genormte, eventuell zu große Portion auf den Teller bekommen, sondern dass sie sich selber aussuchen können, wie groß ihre Portion sein soll. Und dadurch entsteht tatsächlich auch, wie die Caterer festgestellt haben, weniger Lebensmittelabfall. Es muss einfach weniger weggeworfen werden, weil die Kinder sich nur so viel auf den Teller füllen, wie sie auch essen. Gutes im Ganztag gemeinsam Schule machen, ist ein Podcast der Hamburger Schulbehörde. Host und Redaktion Björn Steffen. Redaktionelle Beratung, Produktion und Sounddesign, Sounds & Pods Hamburg, Regine Marksen und Stefan Endrigkeit. Cover Jutta Drewes. Euch hat die Folge gefallen? Dann abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Empfehlt sie weiter, teilt sie in euren Netzwerken und hinterlasst gerne eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Kanälen. Wir freuen uns über euer Feedback und eure Fragen an schulverpflegung.bsb.hamburg.de Gutes im Ganztag gemeinsam Schule machen, erscheint alle 14 Tage neu auf allen bekannten Podcast-Kanälen und unter www.hamburg.de Danke fürs Zuhören, guten Appetit und bis zum nächsten Mal.